So, ja, dann herzlich willkommen zu einem neuen Video im Modul der Organisationslehre. Schön, dass ihr am Start seid. Wir steigen heute ein mit der ersten Theorie, mit der ersten konkreten Organisationstheorie, und zwar dem Homo Ökonomicus, der ökonomische Mensch. Diese Theorie haben wir auch schon im Einführungsmodul der Betriebswirtschaftslehre behandelt. Schaut auf jeden Fall dort in die Playlist hinein. Ich finde aber, dass auch diese Theorie in der Organisationslehre hineingehört, um einen Einstieg für die anderen Theorien zu erhalten. Der ökonomische Mensch entscheidet zwischen Alternativen auf Basis vollkommener Informationen. Er handelt bei stabilen und geordneten Präferenzen. Er maximiert seinen individuellen Nutzen. Wir wollen die vier Pakete Stück für Stück mal erläutern. Erstes Paket, wir entscheiden uns zwischen Alternativen, das heißt, wir setzen voraus, es sind immer Alternativen gegeben. Auch die Alternative des Nichtentscheidens schwimmt mit. Beispiel, wir können morgens uns entscheiden, ob wir zur Arbeit gehen und Geld verdienen, oder ob wir uns ausschlafen, damit wir fit sind. Aber nicht nur zwischen diesen beiden Alternativen kann ich entscheiden. Ich kann mich ja auch gegen die beiden Alternativen entscheiden, indem ich mich nicht entscheide zwischen diesen Alternativen. Klingt ein bisschen komisch, aber immer auch zu berücksichtigen, dass wir uns eben gegen Alternativen entscheiden können, indem wir nicht entscheiden. So, wir handeln auf Basis vollkommener Informationen. Das heißt, die Erklärungsmöglichkeit unterschiedlicher Wissensstand scheidet aus. Beispiel, wir haben einen Markt, dort sind Unternehmen A, B, C, D, E, F und so weiter und so fort platziert. Also wir können auch sagen, es sind unterschiedliche Unternehmen platziert, aber alle Unternehmen handeln im Sinne desselben Informationsstandes, des selben Wissensstandes, das heißt, wenn ich am Ende, am Ende stellt sich heraus, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, so, dann kann ich nicht die falsche Entscheidung damit begründen, dass ich einen anderen Wissensstand habe als die Konkurrenz. Das scheidet komplett aus. Also alle Teilnehmer haben dasselbe Wissen, haben denselben Informationsstand. Dann drittes Paket. Wir handeln bei stabilen und geordneten Präferenzen. Präferenzen sind Vorlieben, also Beispiel, Unternehmen A hat die Vorliebe für technische Produkte, Unternehmen B hat die Vorliebe für Lebensmittel, Unternehmen C hat die Vorliebe für Bekleidung. So, diese Präferenzen bleiben bestehen. Sie sind stabil und sie sind geordnet. Ein Unternehmen könnte ja sagen, ich produziere einmal Bekleidung, technische Produkte und Lebensmittel und ich habe eine Rangordnung, eine Präferenzordnung in meiner Produktion, in meiner Fertigung. So, und diese ändert sich nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel, Präferenzordnung B, A und C. Wir haben hier einmal dieses Zeichen, das ist nicht größer, kleiner, sondern das ist einfach nur das Zeichen, ich präferiere B vor A und dann C vor B. Da müsste aber auch gelten, dass ich C vor A präferiere. Wenn das nicht gilt, ja, dann geht die Rechnung hier nicht auf, dann stimmt die Präferenzordnung nicht. Also C vor B vor A, Punkt. So, viertes Paket. Er maximiert seinen individuellen Nutzen, das heißt, ich wähle immer die nutzenbringendste Alternative aus. So, Nutzenfunktion kennen wir aus der Mikroökonomie. Wir haben eine Nutzenfunktion, an der können wir auch die Präferenzordnung ablesen. Wir setzen in der Nutzenfunktion Werte ein und erhalten am Ende einen Nutzenwert. So, und wir wählen immer die Alternative mit dem höchsten Nutzenwert aus. Beispiel, wir haben Alternative A, B, C wieder. Wir haben einmal einen Nutzenwert von 30, 20 und 10. So, und ich würde mich dann natürlich für den Nutzenwert 30 entscheiden, um meinen Nutzen zu maximieren. So, also UC, 30, UB, 20 und UA dann 10. Und in diesem Fall würde ich mich für 30 entscheiden. Das heißt aber nicht, dass Alternative C dreimal so gut ist wie A. Das heißt einfach nur, Alternative C ist besser als A und auch besser als B. Damit geht auch unsere Ordnung, unsere Präferenzordnung im Punkt 3 auf. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem Homo Ökonomicus. Jetzt im letzten Schritt wollen wir den nochmal kritisieren. Es geht auch darum, nicht nur Theorien wiederzugeben, sondern auch Theorien zu kritisieren, zu bewerten. Das ist auch die Schwierigkeit und da sind die Punkte, die verteilt werden in Klausuren, Hausaufgaben, Seminararbeiten etc. Wenn ihr da mal ein bisschen tiefgründiger euch mit den Theorien auseinandersetzt. Also fangen wir mal an und zwar nehmen wir mal einen Markt mit Unternehmen. Wir haben Unternehmen A, B, C, D, E, F, G. So, wir nehmen uns jetzt einfach mal einen dieser vier Punkte heraus, um den zu kritisieren, um die Theorie zu widerlegen. So, Punkt 2. Wir handeln auf Basis vollkommener Informationen. Das heißt, auf dem Markt würden wir davon ausgehen, alle Unternehmen verfügen über denselben Wissensstand. Beispiel in der Preispolitik. Ich kenne die Preise aller Konkurrenten auf dem Markt. Trifft das der Realität zu? Wir haben ja die Qualitätskriterien zur Beurteilung von Theorien kennengelernt. Und ein Kriterium war die empirische Bewerberkeit. Das heißt, die Theorie muss mit der Realität auch übereinstimmen. Ja, würden wir hier an der Stelle kritisieren. Weil, wenn wir mal in die Realität blicken, stellen wir fest, ich als Unternehmen würde nicht alle 10, 15, 20, 100 Unternehmen kennen. Ich würde nicht vollstens informiert sein und alle Preise der Konkurrenz kennen. Also, können wir hier schon mal sagen, okay, Theorie ist hier kritisierbar. Punkt 2. Beispiel. Theorie widerlegt. Weg. So. Wir könnten jetzt schon Schluss machen. Wir können uns aber noch einen weiteren Punkt heraussuchen. Und zwar, Punkt 4. Wir maximieren immer unseren individuellen Nutzen. Stellen wir uns eine Situation vor, im Verkauf, ich bin der Verkäufer, Käufer kommt rein oder Kunde kommt rein, will sein Produkt zurückgeben. So. Wenn ich jetzt aus Kulanz handele, habe ich die Theorie schon widerlegt. Weil ich dann nicht den Nutzen maximiere, sondern ich nehme das Produkt zurück. Das heißt, ich erstatte dem Kunden seinen Preis, den er für das Produkt gezahlt hat. Also, widerlegt, Theorie widerkritisiert und entsprechend bewertet. Und das können wir jetzt Stück für Stück hier durchgehen. Auch Punkt 3. Bei stabilen und geordneten Präferenzen handeln. Als Unternehmen habe ich ein Portfolio. Wir haben auch die Portfolio-Theorie im Einführungsmodul der Betriebswirtschaftslehre kennengelernt. Und die Portfolio-Theorie, dort platzieren wir unsere Produkte. So. Jetzt stellt sich heraus, wir haben eine Präferenzordnung. Produkt A ist gegenüber B und C zu präferieren. Also, das Bekleidungssegment ist gegenüber dem technischen Segment zu präferieren. Jetzt stellen wir allerdings fest, dass wir im technischen Segment viel mehr, dass wir einen höheren Absatz haben, dass wir hier die Gewinne erzielen als im Bekleidungssegment. Das heißt, wir würden hier unsere Präferenzordnung doch wieder ändern und sagen, okay, wir setzen dann doch lieber auf technische Produkte als auf Produkte im Bereich der Bekleidung. Und damit ändern wir die Präferenzordnung wieder. Ja, also damit ist die Präferenzordnung nicht stabil. Und wir hätten den Punkt hier auch schon widerlegt. Und das Gleiche gilt dann auch für Punkt 1, dass wir hier immer zwischen Alternativen entscheiden. Das muss ja auch nicht gegeben sein. Es kann auch mal sein, dass wir nicht immer uns zwischen Alternativen entscheiden. Wenn gar keine Alternativen gegeben sind. Aber es setzt diese Theorie hier voraus. Ja, ich kann euch noch weitere Beispiele nennen. Auch in der Partnerwahl sind wir in der Partnerwahl über alle potenziellen möglichen Partner informiert. Kennen wir alle potenziellen Partner in der Realität eher weniger. Ich kann jetzt nicht in die Staaten fahren, USA, Mexiko oder nach Brasilien fahren. Und kenne dort alle potenziellen Partner, die für mich in Frage kommen, um eine Beziehung einzugehen mit einem Menschen. Kenne ich nicht. Also und so kann ich mir die einzelnen Annahmen, Prämissen nehmen, die Theorie und deren Aussagen nehmen und kann diese kritisieren. Und darum geht es letzten Endes. Nicht nur die Theorie wiedergeben, sondern die Theorie auch bewerten zu können. So. Ja. Müsst ihr für euch entscheiden, ob das eine Theorie ist, der ihr zustimmt. Oder ob das eine Theorie ist, wo ihr sagt, ey, der stimme ich gar nicht zu in den und den Punkten. Und deshalb kommt ihr für mich auch nicht in Frage. Auf Basis dieser Theorie auch meine Entscheidungen zu treffen. Das soll es schon gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.